ja hallo Willkommen zurück zum Let's Play äh Super-Mai-Kreuz Super Mario Minecraft Nein wir sind äh 23 wir besuchen uns immer noch auf diesen hutschen Berg hochzudenken äh ja eigentlich nur du ich versuche den Außenbosten ihn zu richten äh ihn zu richten zu älterlich äh ja äh ich versuche mich jetzt einfach mal irgendwie auf diesen Berg hoch zu handeln damit wir ab verdammt äh weil wir wollen ja da oben ein Buch bauen Moment auf einer Zeit alles noch äh ja Ups okay ich glaube es wird entspannt ja wir sind gleich oben auf dem Berg Ups okay wir sind oben der Berg auf dem Berg ist noch ein Berg sehr kreativ der Außenposten wird sich ein Ups Ups das war's das was für Bordentwickler nun in meinem Leben was soll außen ausbrechen bringen ja was ich noch nicht gewusst nicht beantworten wir sind auf dem Weg oder in den Außenkosten gut mag schütteln und müssen müssen blicken das hat er gehört wer hat die ganzen Werkzeuge mitgenommen was soll es bei dir ich hab nur einen Mann Stammler mit ja auch das ist nicht dein Ernst der Sibre und nicht alles und werden mit dem ja ich habe mich mit ich dachte ich weiß nie wann und wir haben nicht und war und wenn er in das in die Luft geht dann hast du auch aber auch das ist gut lassen sich in wohl dass es nicht bin bim und bim ja willkommen zu letzter ein paar Jahre da hofft uns gelten und spiel ich will ja nur die Schiller-Dreiter Achtung Wien schießt noch Lass mich Lass mich das sind echte Gangster Schießt wieder Na das was Jo, das ist jetzt nicht anscheinend war dann lieber weil das nicht wird oder du musst nur deine Kreativität in Anführungsstrichen Wien und die Rennung hinterher und jetzt muss ich nur noch irgendwie nach oben Prozent eine Art und noch so dass ich erinnert hat und dann ist also die Stände die übrig bleiben die Welt dann sie sind gut mehr so wohl doch nicht auf den Standorten alles aufgrund ich brauche ein Eisen 1 und nur 1 jürgen neun auch auch jürgen sieben doch ein stopp ja dann war es richtig akzeptiert ja doch stimmt er war eine richtige die werden nicht hier oben hin er sich in die Runde zu sein nicht mehr die Säulein brennen sie auch die Bäume mehr da oben kommen an den Außenposten und gehen noch nicht und auch so ist er hat mich hier der Wieselbruch der Stöcke ich habe ja Holz er hat sich gemacht werden mache ich ja auch er ist mit dem Ausstattung ja auch deutlich mehr welche Hasslein zu vollziehen ja ja ich bin in Rädern vorrecken so schon hat sie den Fangen eine Befragmöhe Stöcker weil du die welche zu folgenden da hat man nicht immer heute Beispiel nehmen die Möchel will heute zusammen ich bin hier umgekriegt ich bin hier umgekriegt und irgendwie fällst du etwa ist doch nicht mein Beileid Spirne Spiderman so ich bin hier ich bin gleich nicht mehr ich komme Lass mich in Ruhe Nein Sind die etwa gefehlt? Ich hasse dieses Boah, so viele schöne bunte Sachen Verklopptes Ding Mach ich gar nicht Ich sehe noch schnell die Rohstoffe Lass mich in Ruhe Lass mich Mensch dabei Dinger er ausschaut wenn der vielleicht den einen oder anderen nach dem Weg die Schultz und die die Sorge hat auch schon auf die Stürmer und zum gleichen Großbritannien die Krüter und schüttlich bin ich mit mir wir haben es mehr schneller die Spinnen nicht einholen oder ich in Gruppen es kann jetzt noch werden abschlossen sich auf die Füße ich bin Wolltien schiebt ich bin ganz es hat ihr euch letzten Jahrzehnt oder sie es gibt es machen können die durch die egal ja ja egal ich habe mich noch ein bisschen das war es mit uns ich bin hat ja und du musst jetzt gehalten womit ja womit auch brauchst du noch ich sag doch auch mit dem Prozent nur ja er hat so wie er er hat vor Ort wenn du in die Artikel sind in die Bextreiber schon dann werden wir nicht so in der Fall ist aus der Erdienung aus der Lieblingsdienst und ausmacht sich jetzt aus man kann sehr schön Leute Lecklinge irgendwelche Zettel und einfach mal aus dann kann man und dann noch schnell die wenigen in den letzten Jahren Prozent ein bisschen bei dem Buch das hat man schon die Hälfte von dem Leben verloren genau aber die uns aus dem Post die Buch machen wir um eine Ressource an jahren also wirklich in eine Art Anlage mit Weizen und Anpflanzen mit uns geben wir haben das ist der Aussichtstum wir wusste ein oder zwei Viertel 3 3 das ist fast als sie wieder ein Sterbort finden wenn man das war mit dem Haus und sind sie zu schwer und tut mein Kind das heißt wir werden so stehen so ist der Grund nämlich irgendwas bauen nur nicht sagen ja aber aber eigentlich ja ah man Bad 23 Uhr Bad 23 Uhr immer noch nichts Neues doch etwas Neues das Zombie da oben das Auskunft das ist unser Mauskulti ja genau so ist es nicht gut wie nichts dabei aber jetzt trotzdem irgendwas aufzunehmen und faszinierend spüren von Katon im Kopf wir sollten mal ein bisschen wir brauchen ein das ist nun schon ja sehr schön Mo das ist meine Meinung wenn nach drei Minuten auf der Planung wie lange wir aufnehmen ich mache noch Zeitgefühl und das hat uns bis jetzt schon immer irgendwie Schaden gebracht nein oh meine E-Tips besser gesagt die vorher deine Wahl unsere E-Tips meine, nein so also du dir jetzt nichts mehr die können uns komplett unter Wasser setzen ja vorgeschüßt das das tut sie noch zwecks Epikless die Wurken muss noch so können bleiben hm hm warte warte 70 Creeper können da nicht mehr wohnen ja wenn wir die Wurken nicht haben können also unsere alte Bude und dann niemand ich bin in sehen uns. Tschüss.